Und willkommen zurück bei Paper Mario 2 der Faust in Genoa. Im letzten Part haben wir Krusillus ein letztes Mal besiegt. Aber wir haben hier in der Hauptstation der Krusionen weder Peach noch Krusius gefunden. Und naja, hier geht alles in die Luft. Das heißt wir müssen verschwinden. Tech, der mit dem Überleben gekämpft hat, hat uns diesen Teleporter hier ermöglicht. Er selbst ist dabei allerdings endgültig draufgegangen. Er hat sich quasi für uns geopfert. Für Peach. Peach, lebe wohl. Ja, die Station ist explodiert. Nicht immer siegt die Liebe, leider. Eine traurige Geschichte. Was ist das nun mal? Hast du es gerade auch gehört? Ja. Und wir sind zurück in Rohlingen. Aber wo zur Hölle ist Krusius? Oh, da bist du ja, Mario. Professor Wombard? Hier bin ich. Ihr seid zurück vom Mond. Habt ihr das Sternjuwel? Ja, aber klar. Was? Ihr habt das geheime Hauptquartier der Krusionen auf dem Mond gefunden? Dann habt ihr also auch Prinzessin Peach gesehen? Also ehrlich gesagt, der Krusionen-Boss hat sie zu diesem Tor verschleppt. Also doch. Ich hatte vorhin ein ungutes Gefühl und bin zum Eolentor gegangen. Da habe ich gesehen, wie ein verdächtiger Kerl mit der Prinzessin im Tor verschwand. Bitte? Wirklich? Aber braucht man denn nicht alle sieben Sterne wählen, um das Tor zu öffnen? So wahr ich hier stehe. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich fürchte sehr, Prinzessin Peach ist in Gefahr. Wir müssen also schnellstens das Tor öffnen und der Prinzessin helfen. Ich gehe schon vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass das in der englischen Fassung auch so gesagt wurde. Ich meine, what the fuck? Der Typ sieht, dass da jemand reingeht mit einer Schlampe, die aussieht wie Peach, und reagiert nicht? Hä? Und dann labert sie jetzt hier auch noch, wir müssen das Tor öffnen. Ja, wie ist ein Gruß, das bitte schon reingekommen? Indem das Tor verschlossen war, oder was? Naja, aber man muss es tatsächlich irgendwie öffnen und, äh, gut, das ist alles ein wenig seltsam. Bevor wir aber da hingehen, werde ich alle Nebenquests endgültig abschließen. Das bedeutet, ich werde mich jetzt erstmal ranmachen, alle Sternensplitter zu sammeln, die uns noch fehlen. So viele sind das, soweit ich weiß, nicht. Ich zeige euch, wo wir die letzten vergessen haben. Ja, ja, dieser Sternensplitter ist mir schon auf dem Flug zum Mond eingefallen. Hat mich richtig geärgert, denn hier ist auch noch einer. Gut, der ist wirklich sehr schwer zu sehen. Aber naja. Hier im Haus von General Bombum finden wir einen von vier. Und dass wir den hier nicht haben, wundert mich. Also, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie nicht gespeichert habe oder so. Aber, also, ich dachte ja eigentlich, dass wir den geholt haben. Wenn nicht, dann ist das noch bitterer wie der in General Bombums. Weil während ich mit dem Typen da gesprochen habe, habe ich nämlich noch an den Sternensplitter gedacht. Und wenn ich den echt nicht geholt habe, dann, äh, ja. Fuck you. Ah, das gibt's doch nicht, Leute. Selbst in der Höhle haben wir was vergessen. Erinnert ihr euch, als ich hier noch eine Stampfattacke gemacht habe? Weil ich dachte, hier wäre eine Bodenplatte. Ja, ich habe mich zwar einigermaßen gut erinnern können, aber die Bodenplatte ist hier. Oh man. God damn it. Einer fehlt uns noch, aber den hole ich ganz am Ende, weil der seltsamerweise beim Ionentor ist. Ich weiß nicht warum. Also, ich bin mir sicher, dass ich mindestens zwei von denen, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, schon geholt habe. Aber irgendwie hat es nicht gespeichert, keine Ahnung. Vor allem bei dem Ionentor bin ich mir ziemlich sicher. Ist jetzt egal, zur Vollständig... Gutes Deutsch. Zur Vollständigkeitshalbe werde ich noch Airona in den Ultra-Rang aufstufen. Aber hier den Ultra-Syreds zu sehen wird doch mal geil, oder? Big Tits und dann hier noch so Mega-Haare. Oh mein Gott. So Gina-Lisa oder sowas. Naja. Gut. Dann hat sie also auch den Rang. Das einzig gute Annias ist, dass sie halt 35 KB hat und mich, glaube ich, auch halten kann mit dem Knutsch. Aber ist mir so wurscht. Ne, nur sich selbst, oder? Ah, ist so wurscht. Ich bochte keine Sau. Deswegen gehst du gleich mal weg. Weg, weg, weg. Ja, Leute. Und jetzt kaufen wir uns was. Nämlich hier bei dem Händler. Und zwar den Dressmann-W. 360 Münzen kostet der. Das ist mir so wurscht. Weg mit der Kohle. Gebt mir den Dressmann-W. Ja, man kann in dem Spiel Mario sein. Vardio. Waluigi. Ja, das war's. Cool bleiben. Gilly Royale. Ich muss kurz gucken, wie meine Items so ausschauen. Ich mach mal den Dressmann-W an. Beziehungsweise nein. Den Dressmann-W werde ich anmachen, wenn wir in den Duell-Kerker gehen. Nach der Hauptstory. Jetzt für das Finale werde ich Waluigi sein. Das heißt, ich aktiviere den Dressmann-W und den Dressmann-L zur gleichen Zeit. Dann ist man Waluigi. Ich hätte sogar noch einen OP-Punkt frei. Finde ich ja cool. Äh, ja. Machen wir doch das. Wenn ich voll im Arsch bin, dann einfach nochmal fünf, äh, 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 Angriff dazu. Ist doch ganz gut, ne? Yay, Waluigi. Schaut aus wie ein Gangster. Das finde ich jetzt auch so geil. Und passend fürs Finale. Jojo. Äh, was wollen wir noch alles gucken? Ich such gerade, wenn ich ehrlich bin, Luigi. Aber ich glaube, nach dem siebten Kapitel findet man den nirgendwo. Sondern erst nach dem Finale erzählt er, wie seine Story ausging. Und selbst wenn ich ihn jetzt nicht finde, ist es auch egal. Denn ich kann mir die Story des siebten Kapitels und alle vorherigen ja auch noch nacherzählen lassen. Und es gibt sogar noch so ein kleines Goodie. Denn, nein, ich will es auch nicht verraten. Aber Luigi wird noch einigermaßen erfolgreich im Spiel werden. Naja. Erstmal hier die Tafel lesen. Eine uralte Prophezeiung besagt, der Mond wird in grellem Licht erstrahlen. Sie sagt auch, die Welt wird in Dunkelheit versinken. Oh, 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 oh. Was ist das denn für eine Ansage? Das macht schon Bock auf Finale, oder? Zu lecker. Der Mond wirkt irgendwie unruhig heute Abend. Ob der Mann da oben wütend ist? Ein Astronom. Hier im Witzhaus ist er auch nicht, ne? Nee, die Sau ist nirgends. Nur Corsarius wieder am Saufen, aber den wollen... Luigi! Da bist du! Abenteuer? Joa, grad reise ich mal so gar nicht, gar nicht. Bei meiner letzten Reise habe ich nämlich Prozesse in Erklär befreit. Oh, ne Scheiß jetzt! Ja, ich hab meinen Weg bis zu den Zaunensturmen gemacht, ne? Aber dieses Abenteuer wird nicht so schnell nett zu vergessen, ne? Soll ich dir eigentlich davon so erzählen, weißt du, ne? Ja, was willst du denn so? Ja, logischerweise das Finale, Junge. Am Zaunensturm. Joa, das ist ne ziemlich lange Geschichte, wie immer, ne? Joa, der Zaunensturm liegt halt weit im Norden, so, ne? Auf so ner steilen Klippe, weißt du? Direkt am Meer bläst du voll der scharfe Wind, so nice, ey. Der Klang dieses Windes, die Stimmung ist in der anderen Welt von episch. Keiner wagt, dass dem Turm zu nahe zu kommen, so. Aber wir erreichen doch das Portal des Zornsturms, ne? Natürlich hatte ich Angst, gell? Aber der Gedanke an Erklär, boch, mein Kopf, du, das glaubst du gar nicht, du. Naja, meine Kameraden wachten, so, ne, dachten so, irgendwie, ich, äh, ja, deren Kopf ist halt auch geil geworden, so. Ja, öffnet das Tor, so, wo ein Turm herrscht, finde ich, gefühlt, so, scheiße. Ich wollte die Prinzessin rufen, aber ich bekam keinen Ton raus, ne? Dann hatte ich so meine Augen voll so mit Dunkelheit gewöhnt, ne? Und ja, da war da so voll das Monster, oh, scheiße, so. Der Goomba-König, voll epic, ne? Und aus seinem Maul tropfte der Geifer auf den Boden, so. Und dieser Geifer äßte Löcher in den Boden, oh, scheiße. Ich titzerte vor Angst, aber ich durfte keine Schwäche zeigen, ne? Seit dem Angriff konnte ich mit knapper Not ausweichen, gell? Voll der epische Ausweichtechnik, du. Und ja, dann griff ich halt so den König, äh, Koomba so an, so, äh, den Koomba und dann Hammer und weißt, äh, der erste Schlag konnte so ausweichen, der Typ, aber dann hab ich ihn doch noch irgendwie so getroffen, so. Ja, konnte ich halt schaffen, er war ziemlich stark, aber, ja, meine Power war halt episch und so. Ich konnte voll gewinnen, der nächste Schlag musste gelingen, ne? Ich war nervös, ich griff so meinen Hammer und lauerte so, wie, wie, wie ein Camper, ne? Und ja, dann krach, der Sturm, äh, brach ein Fenster in den Turm, so. Der Koomba-König war abgelehnt, das war meine Chance, ey. Jetzt dachte ich mir, epic, nice und gell, ne? Und joa, dann, ich, ich hatte ihn halt dann besiegt, so. Dann kam noch so viel schreckliche Monster und, äh, den hab ich halt auch in Headshot gegeben, so. Und ja, prozessin erklär mich auch so gerettet irgendwie. Deshalb würde ich jetzt wieder in Rohlingen. Ja, das war mein Leben bisher. Was? Äh, da muss doch noch was mehr gewesen sein, meinste? Nee, eigentlich nicht so. Die Prozessin hat mir keinen gebl... Ja, hat nix gemacht. Und joa, damit halt ging ich halt leer aus, so wie du auch immer. Aber auf mich warten noch viele Abenteuer, ich hör, zum Beispiel so Luigi's Benchion oder Benchion 2, was auf 3DS jetzt rauskommt und keine Ahnung. Okay, Luigi, find ich gut. Find ich, find ich sehr, sehr gut. Wie immer noch ein allerletzter Blick hierher. Ach, die Schose gibt's. Und eventuell auch Kampfwut für den Partner. Äh, ja, das ist auch gar nicht mal so doof. Und die werde ich tatsächlich für den Endboss wahrscheinlich nutzen, die Sparblüte, deswegen kaufe ich die jetzt. Weil bei Bosskämpfen nützt es einem ja nix, wenn man mehr Blütenpunkte auf dem Boden findet. Denn von Bosskämpfen gibt's keine Blütenpunkte. Da ist es einfach nur wichtig, dass man Blütenpunkte spart während des Kampfes. Und das geht nur mit der Sparblüte. Das ist der einzige Vorteil, der die Sparblüte hat. In großen Kämpfen ist sie besser als dieser Blumensägen. Aber ansonsten empfehle ich einfach ganz klar die Blumensägen. Joa, noch ein bisschen Glück versuchen hier im Lotto, ne? Vielleicht gewinnen wir ja doch noch irgendwie. Ich glaube, es ist zwar nett, aber gut. Was? Wie jetzt? Ach, verdammt, ich musste mir eine neue Losnummer kaufen. Warum das denn? Scheiße, das hat mich nochmal viel Kohle gekauft. Alter, ich hatte 999 Münzen. Ich bin jetzt voll pleite. 2, 2, 6. Ich komme mir vor wie B.O.C. Die schmeißt auch das Geld so raus. Ja, gut, zeig mir. Was habe ich gewonnen, ne? Gar nichts, ne? Was habe ich denn da aufgepasst? Und? Ja, wie? Ja, heißt das, ich kriege jetzt nicht mal mehr einen Trostpreis, oder was? Das ist ja mal das Assisiallste, was ich jemals erlebt habe. Schlimmer wie 1 in 1 im Google-Service zusammen, ey. Man, für was, was verhalten? Boah, Betrug. Für was habe ich denn hier so gezahlt, Mann? Ich bin echt der letzte Spaten hier. Die behandeln mich alle wie blöd. Das finde ich gar nicht nett. Sogar nicht, gar nicht. Unbedingt in diesem Part unterbringen möchte ich jetzt übrigens alle Kochrezepte. Wir haben ja damals im 4. Kapitel, sprich in Rumpels Schloss, ein Kochbuch gefunden von R. Nera. Und das kann man der Guten hier geben. Ach, du wirst es. Mein Name ist Dracalty. Ich lebe kochen. Wenn du mir die entsprechenden Zutaten bringst, koche ich dir etwas Leckeres. Soll ich dir gleich etwas zubereiten? Ne. Oh, schade. Ich könnte dir das gerne bewiesen. Also sie kocht auch schon vorher für einen, aber wenn man ihr das Kochbuch gibt, kann sie mit zwei Zutaten kochen. Und dann gibt es natürlich viel, viel mehr Gerichte, die man herstellen kann. Und irgendwie hat das gerade nicht geklappt. Deswegen habe ich jetzt nochmal die Ebene gewechselt. Gehe jetzt nochmal rein. Vielleicht checkt sie es jetzt. Hör mal gut zu. Endlich habe ich herausgefunden, wo das ultimative Kochbuch für Meisterköche ist. Ich habe in der Jobagentur in Ostend angefragt, ob es mich jemand holen würde. Geh zur Jobagentur, wenn du den Auftrag annehmen willst. Du wirst rechtlich belohnt. Aber das und nebenbei, meinst du, dass ich etwas koche? Nein. Ähm, okay. Ich wusste nicht, dass es mit einem Job zu tun hat. Das wollte ich eigentlich alles in extra Parts machen, aber wenn das so ist, werde ich den kurz annehmen. Das ist übrigens auch die Alte, die uns ganz am Anfang des Spiels verboten hat, in den Westen zu gehen. Weil wir auf ihre Kontaktlinse getreten sind. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich sie erstmal suchen. Ja, Rackltee. Ich möchte, dass jemand das legendäre Kochbuch für mich sucht. Der Ort, an dem es sich befindet, ist zu gefährlich für mich, schwache Person. Komm zunächst in mein Haus, am Rohlinger Markt. Dort erkläre ich dir die Details. Ja, möchte ich übernehmen. Also, ihr habt schon gesehen, da gibt es noch einige Aufträge für uns. Es wird auch ganz lustig. Also, ziemlich viele haben lustige Dialoge. Es gibt aber auch asoziale. Es gibt leichte, es gibt schwere. Also, das wird schon ganz cool. Oh, du übernimmst den Auftrag. Diese Sache ist von enormer Wichtigkeit. Also, ja, gut so. Vor langer, langer Zeit gab es ein legendäres Kochbuch. Äh, nee. Ein Koch mit dem Namen Ernährer. Es heißt, wenn man sein Buch liest, wird man befähigt, die tollsten Sachen zu kochen. Allerdings handelt es sich um ein sehr altes Buch, das nicht mehr im Handel hältlich ist. Habe ich schon gehört, dass der ehemalige Bewohner der Spukabteil dieses Buch besaß. In dieser Abteil soll es ein verstecktes Zimmer geben. Bestimmt liegt es dort irgendwo. Ich muss jetzt dieses Buch unbedingt bekommen und lesen. Bitte besorge es mir. Also dann. Ja, ich hab's schon, wie gesagt. So, jetzt nochmal die Ebene wechseln und dann haben wir es hoffentlich endlich mal geschafft hier. Manne. Zurück, Mario. Gut. Hast du das, Korpore? Ja. Oh, das ist das. Das muss man von Ernährer. Gebirge, nee. Ja, ja, chill. Ah, so, also. Wie Mario schaut. Ich lieb das Face. Das ist so geil. Wenn er den Kopf so zurückzieht und so völlig überrascht, so O.O Face. Das ist so geil. Geschafft. Aus Pilz und Honigsirup habe ich einen Honigpilz gemacht. Endlich kann ich Gerichte kochen, die aus zwei Zutaten bestehen. Ein wahrhaft famoses Buch. Und ich kann es sofort benutzen. Ich danke dir. Nimm das als Belohnung. Der Honigpilz. Da ich noch in der Lage bin, Gerichte aus zwei Zutaten zu kochen, komm vorbei, wann immer du Appetit hast. Ich werde dir zauberhafte Speisen zubereiten. Der Auftrag ist erledigt. Ja, die vollständige Liste habe ich allerdings in einem anderen Spielstand, deshalb werde ich kurz wechseln. Hier ist sie auch schon. Die komplette Liste aller Rezepte. Ich werde das jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Ihr seht da zuerst mal, was es einem bringt. Also zum Beispiel Bratpilz bringt sechs KP und zwei Blütenpunkte. Und unten steht halt, was man dazu braucht. Es gibt mit Sicherheit viele von euch, die noch nicht alles haben. Und ja, denjenigen werde ich nun helfen. Alles nach der Reihe. Ich bin in der Zwischenzeit still. Ich bin in der Zwischenzeit. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018